Die meisten Sachen davon hat meine Mutter wie ihr gekauft. Outta Bang Vibes. Hello, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist eigentlich ein relativ chilliges Video, weil es ist Sonntag. Und ich dachte mir, weil heute hat eine Freundin bei mir geschlafen, beziehungsweise gestern. Und dementsprechend sieht mein Zimmer auch aus. Und an sich einfach so, ich muss mal wieder so ein bisschen alles clean machen, sauber machen. Und ich zeige euch auch ein paar neue Sachen, weil ich war gestern mit ihr shoppen. Und ja, einfach so ein Chili-Milli-Vlog. Und ja, wenn euch das Video gefällt, ist auf jeden Fall ein Daumen rum da. Drückt die Glocke und abonniert mich. Los geht's. Mal will es aber anfangen. Ich mache mich noch ein bisschen fresh. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Manchmal, mal kurz, ich muss die Spang hier holen. Manchmal denke ich mir so, einfach so mit einem randomen Tag. Ich habe gesagt, boah, ja, ich muss mich jetzt nochmal fresh machen. Weil ich habe hier so einen Pickel. Und der ist, der ist richtig eklig. Weil ich nicht, na, ich finde so, wenn ich hier Pickel habe oder hier oder hier, ist okay. Aber hier so, da wo so der Mund ist im Bereich, irgendwie, ich mag das nicht so. Und weil die Farbe mir immer zu hell ist, nutze ich noch den hier von Catrice. Einfach so halt ein bisschen trocknen lassen. Und dann einfach so verblenden. Weil, ich finde es sieht einfach komisch aus. So. Sieht meins gar nicht mehr so krass. Und jetzt, oh mein Gott, Leute. Ich habe, also auf TikTok war ja überall, ähm, erst 94F Flip Liner gehypt. Ich glaube, hier. Der hier. Und dann war von Essence Cinnamon Spice. Und ich habe gestern einfach, waren so viele, auch vom 94F Flip Liner bei Müller noch da. Deswegen, genau. Ich war glücklich auf jeden Fall. Weil, also 94F hatte ich eh schon mal auf zwei ins Haus oder so. Aber Cinnamon Spice hatte ich davor noch nie. Und eine Freundin von mir hat mir den empfohlen und gesagt, der ist voll gut. Und ich wusste gar nicht, dass er auf TikTok so gehypt war. Weil ich habe es irgendwie nicht mitbekommen. Aber, ich habe den ausprobiert. Und Leute, der ist so schön. Weil der so, nicht so krass braun ist wie, ähm, 94F. Sondern so normal. Warte, zeige es euch. Also der ist, warte. Jetzt sieht man das. Dass der nur so ganz leicht ist. Boah, ich finde den so schön. Ich habe dann immer noch einfach so ein Labello. Und ja. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie das immer kommt. Mein Zimmer, es war wirklich komplett ordentlich. Und schön und keine Ahnung, alles. Es war perfekt. Und dann, es kamen so ein paar Freunde. Boom, alles kaputt. Mein Zimmer sieht schlimm aus. Also, nicht so schlimm. Aber, schlimm, irgendwie. Keine Ahnung, praktisch. Ich mag es auf jeden Fall nicht, wenn mein Zimmer so unordentlich ist. Weil, ich komme damit nicht zurecht. Ich hasse Unordnung. Boah, Leute. Ich habe erst, ähm, jetzt gecheckt in dem, wie in der schnell, ähm, in dem Zeitraffer-Dings, das man fast nicht gesehen hat, wie ich mein Zimmer aufgeräumt habe. Aber der ist jetzt auf jeden Fall wieder clean. Und jetzt, ähm, mache ich da noch mein Bett, aber, boah, ich habe gar keinen Bock, das zu beziehen. Aber ich muss. Weil, da sind überall Krümel und Flecken und alles. Ähm, deswegen. Oh Gott. Oder soll ich erst das andere machen? Oh mein Gott, Leute. Ich bin gerade so faul. Ich habe absolut keinen Bock, gerade aufzuräumen. Nachdem ich jetzt gefühlt tausend Jahre noch in meinem Bett lag, TikTok geschaut habe und, ähm, mich die ganze Zeit davor gedrückt habe, weiter aufzuräumen, wir ziehen das jetzt durch. So, fangen wir jetzt mal an. Hier. Ich muss hier mein Ladekabel, also, ich muss hier meine ganzen Kabel hier unten hin holen. Ja, oder? Die steht da auch schon länger. Und jetzt mein Bett endbeziehen. Das Ding ist, ich habe das letztens erst neu gezogen, aber ich mag das nicht, wenn Leute bei mir geschlafen haben und dann mein Bett, also, dass ich dann nochmal drin schlafe, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich will dann so ein größtes Bett so schlafen, wo halt nur ich drin geschlafen habe. Das ist so anstrengend. Wer hat sich das ausgedacht? Ich löse noch kurz vor hier diesen Müll. Leute, ähm, die Bettwäsche, also, die Sachen, um mein Bett neu zu beziehen, sind noch in der Wäsche. Boah, ich weiß nicht wieso, aber heute ist so ein Tag. Ich bin müde, irgendwie aber auch nicht. Und ich bin faul. Ich bin zu faul für alles. So, ich weiß nicht. Oh Gott. Das da. Und die Cola. Wartet. Aber eigentlich. Soushima. Finish. Manchmal habe ich so richtig Motivation, so hui, aufrollen, blablabla, aber heute gar nicht. Und die Schmutzwäsche wegbringe, oh Gott, ah, aber die tue ich einfach jetzt kurz nach da hinlegen. Ein Football, der in meinem Zimmer rumliegt. Ich hab den mal, ich weiß nicht, woher ich den hab. Ich hatte den irgendwie auch einmal. Aber ich würde jetzt sagen, es ist langweilig jetzt die ganze Zeit hier zu reden und irgendwas zu erzählen mit, keine Ahnung, Footballs und, ähm, die ganze Zeit auszurollen. Deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt mal an mit dem Haul, was die Sachen nicht gekauft da, weil, Jungs, so geht's nicht weiter. So, ich hab jetzt sehr anders das Licht angemacht und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an und zwar halt der Sache, die ich hier anhabe, also, ähm, das Top hier. Die meisten Sachen davon hat meine Mutter mir gekauft. Sie hat halt, wir haben halt so gemacht, sie kauft mir so Sachen, ähm, für den Sommer und dann, ich schrei die so an und bewerte sie von 1 bis 10. Und das Top hier kriegt auf jeden Fall ein 10. Ich find's einfach, obwohl so, ja, so 7, weil es ist basic, aber irgendwie auch so 10. Wisst ihr, was ich meine? Weil, keine Ahnung, es sitzt übel schön, finde ich, an sich. So ist es hinten auch, komplett so. Ähm, das ist übrigens von H&M. Ich find's schön, es wird auf jeden Fall ein neues Lieblingstopf von mir. Gleiche Top haben wir dann auch einmal in schwarz. Ich zieh's mal kurz an. Ich find's genauso schön, das sitzt auch gut. Ich, ich muss gerade schauen. Entweder ich bilden mir das eine oder das ist hier kürzer als das andere. Nee, doch nicht. Ja. Boah, ich find, ich find die so schön. Ich mag an sich diese, ähm, Art von Top, also wenn die so geschnitten sind, so. Die gefallen mir gut. Okay, machen wir weiter mit. Oh mein Gott. Ein Kleid. Ich hab richtig selten Kleid, aber ich, ich hab kein richtiges. Und das, also das sieht so aus. Das ist so schwarz und hier so eng. Wir probieren das an. Ich weiß nicht, ob das gut an mir aussieht. Ich mag Kleider an mir nicht so gerne. Ähm, ja. Ich muss halt sagen, meine Mutter liebt Kleider an mir. Und ich hasse Kleider an mir. Und wenn es um Kleidung geht, haben ich und sie wirklich einen sehr unterschiedlichen Geschmack. Was, ich weiß nicht. Ähm, es ist ziemlich lang, also es geht mir. Also, von meinen Füßen ungefähr noch so viel. Also, es ist sehr lang. Aber ich weiß nicht, ob mir das, ich find echt nicht so der Typ, der so solche Kleider mag. Ich kann's euch mal zeigen, wie das aussieht. Spiegel. Ich weiß nicht. Falls ihr jetzt irgendwie denkt, so, ja, voll die Verschwendung, so Geldverschwendung, weil ihr habt's gekauft und du weißt nicht, ob du das anziehen sollst. Äh, und du weißt nicht, ob du das anziehen würdest. Ähm, wir haben die Zettel noch dran gelassen. Das heißt, wenn es mir wirklich gar nicht gefällt, dann können wir es noch zurückgeben. Aber, das ist jetzt auf jeden Fall das, was ich mir wieder mitgenommen habe. Das ist von New Yorker, so ein T-Shirt. Und ich hab mir das, ähm, ich fand's cool eigentlich. Weil, also, ich finde diese Nähte hier, dass die so falsch rum sind. Also, hier sind auch, aber ihr wisst, was ich meine. Diese Nähte halt, find ich cool. Und die Schrift fand ich auch ganz cool. Ja. Ich find's cool. Ich mag's. Ich hab mir dann im Prinzip halt zu dem T-Shirt, ähm, so, die Cap geholt und dann kann ich die so anziehen und so. Ja. Ich find's cool. Ich, also, ich find's auch wirklich cool eigentlich. Übrigens, also, die Cap hier, die hab ich hier gekauft auch, ähm, hab ich von Chaos. Ähm, das T-Shirt ist von New Yorker und das Kleid und die zwei Tops sind von H&M. Okay, so, machen wir weiter. Ähm, wir hatten jetzt die Tops, das T-Shirt, die Cap M. Das hat meine Mutter gekauft. Äh, dieses Top hier. Das ist so, keine Ahnung, ich glaub, das sieht man einfach so basic, so über so ein Bikini drüber. Ähm, find ich cool. Müsste ich halt kleiner machen, weil die gehen mir immer zu weit. So runter. Ich find's eigentlich ganz süß. Es gibt mir so ein bisschen so Outerbangs-Vibes. Outerbang-Vibes. Warte, weil, diesen einen Bild. Ich weiß nicht, es gibt mir schon so diese Vibes von, ich kann mal gucken, ob ich ein Bild finde. Halt hier so dieses Outfit, so, diese Inspiration, so. Also, ich find die immer auf Pinterest und Desktop, so, ist halt, ist nicht gleich, aber ziemlich ähnlich, so von der Art her, wie das da. Und ich stell mir das cool vor, mit, ähm, ich werd die jetzt nicht anziehen, weil, weiß ich nicht. Keine Lust, die ist gerade. Ähm, einfach nur kurze basic, basic Jeans. Ähm, so in der Kombi, so. Kann ich mir cool vorstellen. Es gibt mir irgendwie so diese Outerbangs-Vibes. Das Top, die Jeans und, ähm, die anderen zwei Tops und das Kleid hat alles meine Mutter mitgenommen. Ich hab wirklich nur, ähm, dieses, ähm, T-Shirt von New Yorker da mitgenommen. Aber, dann hat meine Mutter noch so eine Tasche hier genommen, einfach so für den Strand. Basic, find ich ganz cool. Da steht Paris drauf. Und dann noch Schmuck und den, den find ich richtig schön. Und zwar einmal so, ich weiß nicht, ob das, ich bin mir nicht sicher, ob das Armbänder sind oder so, Fußkettchen, Fußkettchen, heißt es so. Aber die sehen so aus. Ähm, ja. Ich glaub, aber das sind Armbänder. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kann man es auch für beides benutzen. Und dann so schöne Ketten. Und zwar die hier, also die, find ich, Die ist eh cool so, aber ich find die so schön. Ich weiß nicht, wieso ich die so krass schön find. Die hat aber irgendwas, find ich. Und es gibt mir auf jeden Fall alles ziemlich weich. Ich weiß nicht, das... Ich will, dass es jetzt schon Sommer ist. Letztes Jahr im April war das Wetter... Das war schon so richtig schön sonnig. Und jetzt? Was ist das? Es schneit gefühlt. Es hat letztens bei uns, es hat geregnet, dann hat erst, dann war Sonne. Und dann hat es auf einmal geschneit und gehagelt und wieder geregnet. Dann war wieder Sonnenschein. Dieses Wetter sollte ich entscheiden. Es ist zwar April und so, haha, witzig, aber... Nee. Ich will Sommer. Das war jetzt lang genug blödes Wetter. Ja, das war's auf jeden Fall mit den Sachen. Ich würde eigentlich sagen, meine frühen Sachen sind die Cap, die zwei Tops und das T-Shirt. Und meine Hose basic und das Top auch. Ich habe das Gefühl, das Video ist etwas langweilig. Und da habe ich meine Skincare-Routine, also meine Abendskincare-Routine immer richtig interessiert, dachte ich mir, ich mache die jetzt einfach mit euch. Normal benutze ich ja immer nur so einen Cleanser. Aber heute benutze ich noch dieses Peeling und dieses. Ich binde mir jetzt als erstes meine Haare nach hinten. Oh Gott. Ich werde mich jetzt erstmal ganz basic abschminken mit diesem Cleanser. Ich habe mich jetzt damit abgeschminkt und ich bin so rot überall. Aber jetzt benutze ich von No Cosmetics dieses Peeling. Ich mache da einfach so ganz normal mein Gesicht nass. Dann verheibe ich das ein bisschen und dann wasche ich es wieder ab. Okay, so. Ich hatte das Gefühl immer ruter. Aber ich benutze... Ne, ich benutze es nicht. Manchmal benutze ich dann noch anstatt... Nicht anstatt, benutze ich noch so ein Peeling, aber das benutze ich jetzt nicht, weil das ist nur, wenn ich hier... Ich benutze nur, wenn ich hier oben mal die krasse Peckel habe, aber die habe ich jetzt gerade nicht. Nachdem weiter mit der Skincare. Ich benutze nicht viel am Abend. Ich benutze so... Oh Gott. Einfach so ein Spray. Das soll gegen Peckel helfen. Also ich finde, es hat schon geholfen, aber... Ja, kann auch sein, dass ich einfach so weniger Peckel bekommen habe. Aber das hier, ich finde das richtig gut. Das ist einfach so mein Gesicht sprühen und danach so, ähm, keine Ahnung, einklopfen. Und dann benutze ich noch mein, ähm, Wimpernserum, wenn ich es finden würde. Hä? Ja, okay. Dann lasse ich es halt weg. Normalerweise blutze ich immer noch ein. Wimpernserum, aber... Das finde ich gerade irgendwie nicht. Und... Ja, jetzt käme ich noch meine Haare so leicht durch, aber... Nur oben. Und hier so und... Kleine Stellen. Ähm... Ja, und ich würde sagen, hier geht es mal Winter und ich mache mir was zum Essen, weil... Ich habe Hunger. Ich mache mir Pizza. So, Leute. Ich bin jetzt gerade... Hier in meinem Zimmer. Ich habe gerade mit Gina telefoniert. Die konnte aber nicht so lange telefonieren. Und jetzt, natürlich noch ein bisschen. Und, ähm... Vielleicht schaue ich Netflix, aber ich glaube eher ich... Shorty Talk. Aber Leute, wie sehe ich aus? Was ist das? Irgendwie ist es... Es ist 0.39 Uhr. Ups. Ich würde sagen, ich schlafen. Sorry, Mama, dass ich so lange wach war. Aber ich habe Ferien. Ähm, ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Es war nicht das krasseste, aber es kommen auf jeden Fall noch krassere, weil... Ja. Ich habe was geplant. Und ja. Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, lasst gerne einen Daumen drumherum da. Drückt die Glocke und abonniert mich. Und ja. Ich würde sagen, adios, amigos. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017